hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft apex mit dem pierre hallo und dem julian hallo guten tag so ich muss mir hier eine ausweichslösung überlegen weil das mit ihr so wie ich es wollte nicht funktioniert aber gut habe ich etwas zu tun in der folge mal wieder mache ich schon keine ahnung wie viel voran zum scheiß ding darum aber juckt mich nicht das mal so juckt mich nicht natürlich abgehoben um und bei der männern danke pierre bündchen und das bislang gewohnt also was dass ich abgehoben bin ja also behindert ist ach so ja gut ist auch hier mag mich halt nicht um das ist der grund hier hast mich eigentlich nicht das auf der Grund warum sich mit mir abgibt Prozent er gibt dafür sind ja das wird es in der Niederlust keinen Sinn ergibt Prozent wenn man zu leute können nicht mal muss mit dem wir hassen ja klar tun wir doch auch oder mhm ich hasse zum beispiel auch Julian ja ja voll der wichser denkt den kann ich gar nicht leiden hier das ist da vorgesetzt ja das wird treiben das soll man stehen aber dafür bin ich ja bekannt wird zu betreiben jetzt kommt ja auch hier in der Art des Mannes Wort Da spürst du mein wahres Wort hier. Ah, sehr gut. Äh, bin ich damit bescheuert? Was? Bist du bitte bitte mit bescheuert? Äh, jo, das bist du. Ich hab gar keine Rüstung an sich gerade. Ich hab ja auch keine mehr. Ja, ist ja auch Quatsch. Was denn nur Rüstung? Rüstung haben wir nur gehabt. Also wir. Ja. Also du. Und du. Ja, ja, ja. So. Hab ich gerade was vergessen. Oh, wie finde ich gerade überhaupt keine. Aha, hier ist eine Höhle. Hier war ja eine Höhle, sehe ich gerade. Hier geht runter oder was ist das hier? Habt nicht genug Glas. Scheiße. Wir haben nur ein Stack. Ihr seid aufgeflohen. Was? Hier ist eine Höhle. Coole Sache. Wer ist aufgeflogen? Keine Ahnung. Wer auch immer. Wer auch immer das war. Ich bin nicht mehr raus. Ich bin nicht mehr raus. Und das ist immer schlecht. Das war jetzt der Ötto-Start, Alex. Ja, funktioniert. Ja. Gibt kein Klacken. Oder bin ich taub? Ne. Fack. Darf du nicht wahr sein. Wenn ich was rausnehme, dann passiert, dann rückt zumindest schon mal ein Trank jetzt nach. Das ist gut. Allerdings rückt nicht. Das würde ich wahrscheinlich nicht hinkriegen, dass der Sticketrank nachrückt. Das ist ein bisschen schade. Ich glaube, ich bin voll in die falsche Richtung gelaufen. Ich finde hier nämlich keine Kieswelt, wo ich farben kann. Oh Mann, oh ey. Hygol. Oh, ein Hase. Schlachten. Juckt, juckt kein. Er hopst weg. Tut auch kein. Trotzdem schlachten. Abgehoben, ja? Er ist von alleine gestorben. Ja, ja. Er war ja dumm und dumm wie einmal Wichse. Wahrscheinlich runtergefallen oder so. Ja, er ist runtergesprungen. Läuft bei dem scheiß Hasen. Du hast ihn aber dazu gedrängt. Du bist trotzdem schuldig für Antonio. Geh. Ne, ich nicht, nein. Für unsere Hasenschutzbeauftragte. Ähm. Ja, das was so auch gibt, den abwächst. Ähm. Bin ich mal zurück. Ja, das ist auch cool, ne? Das ist ganz cool. Das ist ein Spiel mit WL. Ich glaube einfach mal hier zu. Oh, wie sie sich. Ich bin so nachher überlegt, was ich so eine Scheiße. Aber es gibt ja nicht klar. Wo lauerte Scheiße. Immer. Das ist das Problem. Immer. So. Und das stört selbstverständlich für mich, wie schlecht meine Sprüche sind. So. Ach. Merkt man aber im ersten Nachhinein. Jo. Also die, die alles ertragen müssen, schon währenddessen. Danke. Gibt's keine Antwort von mir drauf. Ich fühl mich zutiefst beleidigt von Peer. Oh. Das ist so ähnlich. Natürlich nicht. So. Wie viel Fire Resistance? Glaube. Jo. Ich sehe das Rathaus. Ich bin richtig. Yeah. Du hast zurückgefunden. So. Ja, das ist gar nicht das Rathaus. Das ist die Bibliothek. Ja, ist kein Unterschied. Alles dasselbe. Ja. Alles gleich. Yeah. Ähm. So. Ich habe wenigstens etwas Gies geholt. Ich habe einfach diese Gies da nicht mehr gefunden. Wir stehen hier überhaupt zwei Wachen. Dahinter kommt doch dann bestimmt irgendwas. Ist doch da auch schon mehr geplant. Wo? Keine Ahnung. Hier hinter den Reden. Weil da steht zwei Wachen. Ja, nicht ohne Rund, oder? Einfach so, weil es cool aussieht. Ja, vielleicht. Mein Haus ist das Grundgerüst. Die Winde stehen. Mein Haus ist immer noch nicht fertig. Na, ist immer noch nicht fertig. Okay. Bin ja immer so sehr kreativ in Einrichtungen. Also, äh. Kann ich. Also in, also kreativer als wir, ne? Also noch schlimmer. Ja, also. Ja, uh, meine. Ich meine, ich könnte kreativer sein. Wenn du kreativer bist. Lass dich sogar einrichten. Ja. Komm her. Sag dich mir da schaufel, du. Boah, Schnelligkeit ist neig. Das ist alles los. Das ist alles los. Das ist alles los. Äh. Schnelligkeit. Ey, da ist ne Kuh auf meinem Dach. Äh, was anderes ist? Schnelligkeit. Ich erlaubst du mir auf dem Dach umzulaufen. Aber Herr Seos, ich will. Nachtsicht und Fire Resistance. Nachtsicht und Fire Resistance. Juhu. Hab ich keine Nachtsicht trinken mehr. Öh. Erstmal braun. Nachtsicht. Ja, irgendwo muss man ja so ein Ding anbieten. Auch teilweise Sachen, die nur Halbsinn ergeben. So. Beziehungsweise gibt eigentlich schon seine Nachsicht, aber. So. Könnt ja einfach mal. Wenigstens versuchen mein Haus. Jetzt muss ich auch so ne Kiste machen mit Dings. Moment. Brauch noch ne Kiste. Kiste, Kiste. Äh, ja. Nicht genug Holz dabei. Brauch hier noch ne Ohr. Ähm. Erstmal gucken. Kommt das denn hier hin? Weg. Weg. Wie ging denn nachts? Jetzt muss ich auch noch nachgucken, wie der Scheißdrenk wieder geht. Nachtsicht, Nachtsicht. So. Ähm, hier? Goldene Karotte. Junge, diese Tastie hier mit dem Screenshot geht gar nicht. Natürlich. Ich wollte hier das Badezimmer und hier die Küche hinbauen, das weiß ich noch. Das heißt, fehlt noch ein Schlafzimmer, ne? Woher ich denn hier hin? Kein Holz dabei. Auch blöd. Ich weiß nicht, wie ich wieder rauskomme, weil ich hab nämlich, äh... Alter, was geht denn hier? Denn eigentlich ist ein Ausgang in Richtung unserer, meiner Heimat. Alten Heimat. Backabout. Fillmore. Chironi! Oh. Irgendwas fehlt am Strand noch. So, ich kann jetzt erstmal eine Zwitser, wo die Tränke braunen, nochmal das Redstone-Scheiß wegbringen, ne Kiste holen. Und da wird Stück für Stück ein Tick besser. So. Ich nix wissen tun. Wie immer. Perfektes Deutsch. Ja gut, lauf ich immer noch zum alten Lager. Ja, das tue ich. Das ist ein bisschen scheiße. Gewöhnungsbedürftig, was? Ja, vor allen Dingen, weil es ein kleiner Umweg ist. Zack, 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 weg der ganze Scheiß. Wirst du was? Ich mach das an. Kiste nehmen wir uns raus. Oh. Und wie immer, hab ich keine Axt dabei. Ja, weil du nicht vor der Nacht reingest. Aber wieso hab ich denn? Ach nee, weil es Glasscheibe ist. Scheiße, bist. So könnte man es auch undiplomatisch ausdrücken, Per. Könnte man ja. Muss man aber nicht. Fuck. Wir sind nochmal Koordinaten. Wovon? Wo wir sind. Wir haben mich doppelt. Minus 69, 64, 395. Wo ich grad stehe. Lauf ja zurück, Igor. Okay, aber nicht in die Richtung. So. Minus 70. Das ist auch noch sowas, ne? Jetzt ist das Ständchen natürlich ein bisschen zu klein dafür. Ich muss sagen, das Städtchen von unten ist schon ein bisschen nice aus. Mein Hügel. Mit dem Haus oben drauf mittlerweile jetzt und mit der Mauer. Die schon sehr viel größer ist. Muss ich mir noch wieder ein bisschen Holz holen. Ey, ich spiele die ganze Zeit nur zwischen den Lager und hier am hin und her laufen. Das ist mega geil. Ich suche auch noch Holz. Hier ist Holz. Du brauchst dich zu suchen. Wir haben eine Baumfarm. Nee, ich meine, in den Truhen hier im Lager, das rüben wir so noch Holz. Weil ich kann immer noch nicht lesen. Was? Du kannst immer noch nicht lesen. Du bist ja schon 16, Julian. Ja, also ich bin zu faul zum Lesen. Damit du das mal lesen lernst, glaube ich. Analfabetismus ist weit verbreitet in Deutschland. Mhm. Ja. Auch bei Julian. So. Bist du, Julian? Ach, du bist hier. Hä? Bin ich echt zu dumm, gerade in den Haus zu finden. Habt ihr sonst mal so leicht in den Haus gefunden? Alter, was hast du für... Ah, ist keine Rüstung, Alter. Bist wegen. Ja, wie so wie schon, Jan, hast du gekriegt? Von einem einfachen Bogen. Obwohl doch, der hat Stärke 3. Einfachen Bogen. Das ist kein einfacher Bogen, der hat Stärke 3. Der hat Stärke 3. So. Ah, ich hab mir auch heute extra mitgenommen. Ja. Alles, was hat die Zeit? Ich kann das ja so machen. Tab wechseln, Moment, 14 Minuten. So. Backpoint. Komm, komm mal bitte ein bisschen früher beenden, weil ich hab mir wirklich dann noch was. Ja, warte. Ja, so. Jetzt, wie sieht's aus? Ja, uh, das geht klar. Machen wir hier hinten das rein. Mach' ne Kiste. Oh, jetzt ist das. Eigentlich noch mal was umlegen, ja, und das mach'n, dann glaub' ich, in der nächsten Folge. Ja. Hier hinten machen wir dann ne Truhe, okay. Okay. Weil es ist nicht... Hier machen wir dann, na ne, nicht noch eine, das passt so. Dann... 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 Dann denken wir uns noch ein bisschen was aus. Okay. Und deswegen würde ich sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ja. Genau. Bis morgen. Tschüss. 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 Vielen Dank.